Wir haben hier den Weihnachtsmann. Er ist oben am Nordpol und bereitet sich vor auf Weihnachten. Oh, bitte nicht! Oh, ho, ho, ho! Ho, ho, ho! No more Bayern Bayern. Wir haben hier zweifellos gesehen, dass ihr Weihnachtsmann völlig verhauscht ist. Genau. Und das ist für uns jetzt ein schreckliches Problem, wenn Millionen von Kindern hier oder von Fernseher zuhlt erwarten, den Weihnachtsmann zu sehen. Und dass wir im Augenblick leider keinen haben. Das ist wirklich ein furchtbares Problem. Würden Sie uns vielleicht helfen? Würden Sie unser Weihnachtsmann sein? Weihnachtsmann! Weihnachtsmann! Weihnachtsmann euch allen und allen eine gute Nacht! Wie schafft es ein Einzelner in einer Nacht jedes Haus auf der ganzen Welt zu arbeiten? Ach ja, wissen Sie, das ist wirklich eine verzwickte Frage. Entspannete? Freunde, fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten. Auch für dich.